Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, drei Booster, Matchtags extra 2011-12. Ja, es haben sich einige schon beschwert, dass die letzten drei Tage keine Videos kamen. Es tut mir unendlich viel leid. Ich hatte wirklich, ich hatte null Zeit, also ganz Wochenende. Ich war nicht zu Hause, nichts. Ich hatte keine Zeit auch vorzuproduzieren. Ich bin ja immer noch im Praktikum, ich muss jeden Tag lange arbeiten. Es ist schwer für mich halt Zeit zu finden, jetzt noch das hier zu machen. Das ist ja auch nur ein Hobby hier für mich. Müsst ihr auch sehen. Außerdem ist es halt gerade, gerade sind halt keine neuen Serien am Start. Das heißt, es gab jetzt die Minion-Serie, die war okay, aber ich fand jetzt auch nicht, dass man es von vielen Booster oder gar ein Display öffnen könnte. Genauso von den Dinosaurier-Karten Jurassic World. Da fand ich bei beiden, ja, man kann da mal ein paar Packs öffnen, so 10, 20 Stück, aber mehr auch nicht. Bei den Minions jetzt, bei Jurassic World habe ich ja insgesamt unter 10 geöffnet. Naja, deswegen habe ich nochmal Match-Tags extra 2011-12, weil die euch gefallen hatten das letzte Mal, als ich die geöffnet habe. Ich werde die nächsten Tage nochmal ein bisschen Champions-League-Booster öffnen. Match-Tags auch nochmal, wenn ich die noch im Kiosk finde. Moravec im Mittelfeld, als neuer Transfer sind die Extra-Karten, ja. Jakonan. Afolter. Ich erinnere mich gar nicht mehr an den. Rodrigues und Marcel, äh, nein, Raphael Schäfer. Wie komme ich auf Marcel? Marcel Schäfer gibt's auch, ne? Ich glaube. Und Goede. Raphael. Zimmermann. Trash. Und Drop Knee als Match-Winner. War das nicht auch die Saison, wo es die, die Top-Bundesligisten gab, irgendwie? War das irgendwie die 50. Saison ist? Aber ich weiß nicht, ich glaube in Extra-Karten gab's die nicht mehr. Musoma. Fatih. Balic. Neuer. Manuel Neuer, ja. Fan-Favorit Silber. Mittlerweile glaube ich schon eher Gold. Pierre-Michel Lasogga. Damals noch bei Hertha. Ja. Waren drei kleine Booster. Die nächsten Tage wird noch ein bisschen was kommen hier. Slam-Attacks morgen zum Beispiel. Und ja. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.